Ostereier, ne? Ich habe Eier immer dabei. Ostern, feiern Sie Ostern? Ja, ja, feiern. Alles feiere ich. Gestern gemacht Feier, heute auch feiern. Vielleicht mit dieser Frau mache ich auch Feier. Du weißt nicht, ich brauche Papiere. Und feiern Sie jetzt Ostern oder nicht? Ja, ja, feiern muss immer. Wenn du feierst, ich komme auch. Wie findet Ostern bei Ihnen statt? Was ist das? Ostern. Sie feiern Ostern, haben Sie gerade gesagt. Wie findet das bei Ihnen statt? Mit Alkohol. Und Frauen. Und ein bisschen Musik. Und Eier? Immer dabei. Zwei immer dabei. Bei dir auch dabei. Zwei? Du Frau? Keine Ahnung? Doch, doch, klar Mann. Wir haben ja heute Ostermontag und es geht ja spezifisch um die Ostereier. Sie verwechseln gerade was. In meinem Land, ich verstehe nichts. Ich bin nicht lange in Deutschland. Das ist schwer. Erdennen, erdennen. Es ist schwer, schwer. Nichts verstehen. Du willst Eier von mir oder was? Oder ich nicht verstehe. Ich habe zwei dabei. Aber gut auch. Du brauchst Eier essen. Wie in Deutschland, hier in Ostern. Wir verstecken Eier. Und die Kinder suchen die Eier. Was? In meinen Hosen suchen Kinder. In meinem Heimatland. Aufpassen. Das, was du machst, ist nichts gut. Nicht fragen mit mir sowas. Nicht fragen mit mir. Bitte nicht fragen. Tut mir leid. Ich muss gehen.